Der Kamerwaltsprinz Jan, der Erste von der Unität zu Koblenz, sitzt gemütlich in seinem königlichen Palast. Genauer, er sitzt momentan in der Badewanne und entspannt sich. Aber plötzlich fällt ihm ein, verdammt, du hast ja Jecke-Sitzung. Also schwingt er sich auf sein königliches Pferd und reitet zur Karnevalssitzung. Das war das Erb. In der Halle angekommen, besteigt er pünktlich um 11.11 Uhr seinen Thron und zündet die erste Rakete, bei der alle natürlich mitmachen. Zum Ersten! Das war's. Zum Ersten! Zum Ersten! Zum Ersten! Zum Ersten!